Willkommen bei Celtic Lore Sidehills Das ist mal ein etwas anderes Spiel bzw. anderes Genre Ich habe ja eigentlich die ganze Zeit nur Let's Plays gedreht über MMOPGs und MMOs und FPS Games Und das hier ist jetzt einfach mal ein Offline Spiel Es ist ein Wimmelbildspiel Wimmelbildspiele finde ich eigentlich ganz nett Und da dachte ich mir ich suche einfach mal so ein paar Free2Play Alternativen Und da habe ich auch dieses Spiel gefunden Es ist wie gesagt schon umsonst, man kann es nicht runterladen Das einzige Manko ist, da spiele ich komplett auf Englisch und nicht auf Deutsch Wie man hier schon im Menü sehen kann Und ja, ich möchte euch jetzt nicht weiter auf die Folter spannen Und mich selber natürlich auch Weil gespielt habe ich selber auch noch nicht Und ich würde sagen Wir machen jetzt einfach mal ein Let's Play Also drücken wir die Play Gavin, bleib wo ich dich sehe Wenn etwas nicht richtig fühlt über dieses Platz Lass uns nach Hause Mit ihr? Was ich gesagt? Was ich gesagt? Ich bin hier Ich bin hier So, wir können einen Game-Modus wählen. Einmal den Casual und einmal Expert. Ähm, ich sag mal, ich spiel's mal den einfacheren Modus. Experten kann man ja vielleicht später noch machen oder könnt ihr auch machen, wenn euch das Spiel gefällt. Ich werde natürlich den Download-Link von dem Spiel in der Videobeschreibung hinterlassen. Somit könnt ihr euch selber einen Einblick geben ins Spiel und so, dann starten wir doch mal. Oh, was ist das? Hallo? Aha, sie möchte uns helfen. Wo ist Zeit? Wir sollen die Portion noch ein bisschen trinken? Mhm. Na, ich sag mal, mein Englisch ist ja nicht unbedingt der The Beast der Welt. Ich hab ja schon mal einen anderen Let's Plays erzählt. Na, ich hoffe, ich komme hier durch. Könnt vielleicht auch ein bisschen länger dauern, aber... na schon. Und... so... auf jeden Fall wird hier schon mal gezeigt, was man so machen muss. So, wo ist mein Bubenbeck? Wo ist sie noch? Hm? Ah, und hier geht das Wild auch schon gleich los. So, schön, schön. Gut, da haben wir schon mal Eier gefunden. Die Echse sind weg. Also, ich kann auch Gegenstände klicken, die verschiebbar sind. Die leuchten dann anscheinend auch so lustig. Was passiert, wenn ich auch Zucker oder so klicke? Nein, da passiert schon nichts. Aber hier sind Zuckerwürfel, so wie es aussieht. Wupp. Dann haben wir ja auch schon... Rose. Das war mal Eier Rosen versteckt. Wupp. Was war das? Ist voll of magic. Das sieht aus wie ein... Milch. Ein Bottle of Milk. Haben wir auch gleich gefunden. Was ist denn tot? Ja. Da hapert schon wieder an manchen Sachen. Haha. Damit können wir was herausfinden. Wenn wir wirklich nicht weiterkommen... Ich will es einfach mal ein bisschen... Versuchen. Die berufende Klinge. Mistel. Muss doch hier oben sein, oder nicht. Wo sind die Mistel-Dinger. Du 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 du. Ja. Ihr werdet wahrscheinlich schon krampfhaft lachen. Ähm, ja. Aber sorry. Aber da haben wir schon den Apfel. Haben wir euch gefunden? Was ist das? Das sieht aus wie Wasser. Wo soll ich das nehmen? Ach! Da haben wir das Water gefunden. Okay. Schelle war doch eingerinnene Muschelschale Soviel ich noch in Erinnerung habe... Ah, mein Englöschen muss ich mal wieder ein bisschen auffriechen Aber okay, okay, klicken wir einfach mal über ein bisschen rum Dann finden wir ja was, hehehe The Frog! Ah, das war ja der Torach! Stimmt, jetzt setzen wir wieder ein Erste Kröte Aber okay Was fehlt mir denn jetzt noch? Einfach mal Sinn, muss ein bisschen rumklicken Hilft manchmal Da waren die Rosen Mein Gott, die sind ja voll vertrocknet Ich kann sie nicht hinschreiben, vertrocknete Rosen Was brauche ich jetzt noch? Ich brauche hier noch die Shell Die Fisch Wo sind sie denn versteckt? Mhm, Fischung Hier haben wir hier gefunden So, was brauchen wir denn noch? Feindes Ist ja nicht nur das, wir müssen ja noch verschiedene Sachen finden Insgesamt noch 3 Stück Ich hoffe ich kriege das hier noch gebacken Das war das Ich will eigentlich mal ohne die Hilfe daraus kommen Ohne die So hidden Information Also klicken wir mal ganz viel rum Was ist das denn? Ich habe Angst Ich habe mich entdeckt Ich habe Angst Ich habe Angst Ich habe Angst Geh... Abgehen damit, zack. Was für ein Ding ist missing? Achso Ich habe mich im Gaser für, wo finde ich denn jetzt. Da hat eh schon wieder was loved J year G internally Ah, da ist doch sowas. Haha, ein Funken! Der Mörser, den haben wir auch. Look, look! Ich sehe was! Der wurde entführt in eine Höhle. In einem fernen Ort. Wo ein Fels blockiert den Eingang. Wie heißen die? A-O-S-Zip. Gut. Ich sehe das Wasser. Der hat Wasser im Müll. So, was machen wir hier jetzt? Oh je. Da haben wir aber viel suchen. Schön. Finde deinen Bruder. Gut. Schon alles was ich suchen muss. Warte. Pferdeschuhe. Pferde hoch. Scheint alles was so blau geschrieben ist. Das werde ich wohl in dieser Szene finden. Da ist schon mal ein Affe. Juhu! Das ist der Monkey. Das ist der Monkey. Das ist der Monkey. Das ist der Monkey. Der Pferd. Was bist du? Kreisel! Das ist der Spinningtop. Schon da. Ah, kann ich wieder verschieben. Ah, die Coin haben wir auch. Da ist, hat da eine Flasche. Ah, da sind Würfel. Da ist ein Schlüssel. Toll, den brauche ich noch nicht. Wo ist denn noch was versteckt? Was ist das? Das ist, was ich nicht sehe. Hilf mir doch mal. Die ist eine Bürste. Nein. Geht auch nicht. Das geht auch nicht. Was ist das? Ach! Da haben wir das Pferdchen. So. Wollen wir denn noch was? Da ist das vor dem Blatt rum. Nein, das geht auch nicht. Die du nicht. Hm hm. Ich kleb irgendwas in der Wand. Da war's das? Das ist ein Ambros. ich muss das muss zur seite machen erreichen kann liegen tausend sachen aber ich habe nichts davon aussammeln ich habe eine schraube da haben wir doch den pferd geschoben und die ticke tacke uhr auch die taschen uhr die pocket watch ist das da ist doch ein schlüssel loch für den schlüssel wahrscheinlich da da oben ist die frage alle fragen wo finden wir denn noch was es ist doch womit man so fleisch bearbeiten kann das sind auch rumkloben auch noch ein schiff matchbook ich kann jetzt noch irgendwo rein kann ich mal da rein nein mhm schönes schiff schlüssel schlicht versteckt das ist aber auch die muschel da haben wir doch was ist das glas es wird mir noch ein teil finde ich das was ich muss das wohl finden da hinten liegt irgendwas kann man nicht anklicken das ist so doof das ist so weit von doof hm vielleicht finde ich hier noch was ich brauche was um das muss zur seite zu machen aber äh ja wie ich das hin irgendetwas brauche ich da doch ich kann hier auch nichts aufheben es geht nicht irgendetwas hm was macht da eine mausefalle drin da ist ein mauser du hab ich alle möglichen items hm naja bin ich hier Einfach brauch ich irgendwas dazu um das Mosel mal wegzumachen. Nicht hier! Warum nicht? Oh nix! Ist mein ich nur ein Train? Oh nix! Ist so doof! Nein! Ah! Ah! Ja! Ok! Jetzt seh ich was ich machen muss. Du kommst hier rein! Du kommst da rein! Tutut kommt da rein! Komm los! Du kommst da rein! Jetzt habe ich noch mein Vergerissungsglas! Juhu! Ich hab's geschafft! Du kommst da rein! Hanging around, beautiful! But there won't touch them! Ich weiß nicht, darf die nicht berühren? Warum nicht? Hallo! Hallo! Kann ich da jetzt rein? Hm. Hm. Ich kann die Sachen sehen, die ich mit einem bloßen Augen nicht erkennen kann. Sie haben ein Schloss. Da kriegt auch was. Da haben wir ein Vorspuren. Jetzt muss ich noch sieben Sachen finden. So, das haben wir auch. Die haben wir auch. Noch was. Da ist ein Schloss. The key to my heart Wo haben wir denn hier was? Wo haben wir denn hier was? Wo haben wir? Wo haben wir denn was? Ah da! Zivile Frosch Nichts das gibt Das letzte Teil finde ich auch noch Wo ist das denn? Wo ist das denn? Versteck dich doch nicht so Nanananana Ich werde dich nicht vor Hm Okay Das ist jetzt komisch Könnte das letzte Teil sein Ah da haben wir Eine Alpe Juhu Cool kann ich hier einfach rein gehen oder wie? Juhu Nein Okay Du lachst rein Okay Ich habe immer noch da rein Ich habe immer noch da rein Was bist du von mir? Ich habe einfach da gelungen Was auch ein komm ich wirklich nicht Es heißt Ich muss ja was anderes machen Ich kann es ja nicht mit den Händen berühren, auch auf was meine Hände schützt, aber was? Ihr wisst es wahrscheinlich schon... Ich natürlich nicht mit meinen super duper Englisch Kenntnissen... Für mich ist das immer ein tolles Rätsel... Irgendwas auf Englisches... aber... naja... warum nicht? Sollen wir mehr Spaß am Suchen würde ich mal sagen... Mach Spaß... ja... Jetzt habe ich den Schlüssel... ha! Okay habe ich schon mal... Da habe ich einen Schlüssel... Warum kann ich da nicht mehr hin? Da gab es doch mal so ein Schlüsselschloss... Oder wir machen es einfach dort... Hm... Ich brauche jetzt noch irgendwas, womit ich... Das Muster wegkriege... Ich schieße es aufkriege... Ich brauche jetzt eine Würste... Kann sein... ausprobieren... Das ist ein Schuss... 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 Dann öffnen wir mal die alte... Aha! Da habe ich ja meinen... Kristallkrug... Damit ich jetzt die Magie einfangen kann... Okay... Krieg dich! Krieg dich! Krieg dich! Krieg euch alle! Meins! Komm Glühbirnchen! Komm! Du hast dann noch niemals gefrucht... Komm! 時候負担 insana! Kления! Ja! Klinge also doch... Jetzt? Ohja! Where therein! Hm-hm-합니다! Keh? Du kacke. Aha. Jetzt muss ich wieder zurück. In die Kammer. Muss mir die Runes besagen. Dann suchen wir doch mal ein paar Rune. Und auf dem Boden. Okay. Okay. Mhm, mhm, mhm. Die richtigen Sequenz. Ja, ist ein Blatt. Dann werden es zwei... Dann kriegt die Pflanze drei Blätter. Dann kriegt sie vier. Dann kriegt sie fünf. Und dann kriegt sie sechs. Ja, los. Klappt auch! Juhu! Am ersten Mal auch jetzt zu lösen. Es war doch schwer. Ja. Denn hier, da hier ist... Warum klettern? Eine habe ich schon. Habe ich eine? Hier habe ich eine. Da habe ich eine. Da oben ist eine. Da ist ein Pfeil. Da ist das R. Äh... ja. Jetzt... Ah! Da noch eins. Da ist auch noch eins. Guck, eins brauche ich noch. Ein verstecktes. Da hinten ist es. Da hinten ist es. Da hinten ist es. Nochmal Platz. Kervonen! Wie? Das habe ich nur eins? Okay. Hier habe ich nichts... Was ich brauchen könnte. Wo wäre es mich hier hin? Ich habe ein F. Ach du Gacke. Das wird schwieriger. So jetzt in einer richtigen Reihenfolge anklicken. Jetzt ist die Frage. Ich glaube ich beginne erst mit einer Linie. Ein F. Hänge klicken. Jetzt. So was erster ist. Und jetzt brauche ich. Und... N... Wie läuft das? Das war es aussage wie so ein... P. Genau. Ist gut jetzt. Ein B. Und ein... Komisches H. Und ein komisches F. B. Ein komisches H. Was glaube ich das? Und ein F. Das ist das einzige was noch da ist glaube ich. Juhu! Glück gehabt. Das... und ein komisches X... und ein Pi... das komisches X und ein Pi M, das, das und ein Pi ich bin doch gerade schon M und das und das P das das und das das und das Scheiße, doch nicht Das und das und das und das und das das und das und das das und das und das und das und das und das das und 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 das Öffne dich, los! It's magic! Mhm. Okay. Sie wird uns den Weg zeigen und ich solle meinem Herz folgen. Kein Problem. Willkommen im Wald. Sie reden mit mir. Nein! Ich will jetzt nicht mit ihnen reden. Ich habe Angst, Mama. So. An dieser Stelle mache ich dann mal eben einen Break, meine lieben Zuschauer. Und werde in der nächsten Folge ab hier natürlich sofort weiter drehen. Und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ihr Lust und Laune habt. Wenn euch das Spiel jetzt schon gefallen hat, dann doch einfach einmal liken das Video. Finde ich ganz toll. Und in der Beschreibung ist wie gesagt der Download-Link. Und da könnt ihr euch dann runter saugen. Und das sogar legal. Also, bis dahin. Ciao.